langsam werde ich besser in dem spiel das licht nur am cosmonauten glaubt ah verdammt bitte langsam werde ich besser hat ja gut geklappt oh verdammt da druck ich komm schon der laser kann dich töten ne so wie den pinken wir haben ich hab die kampagne hier die kampagne hier in anführungszeichen schon gespielt go off with the laser schädel die didel los nein oh verdammt 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 du fällst über deinen eigenen kisten was bin ich gar nicht doch du kannst es auf der aufnahme noch mal ansehen bin ich aber echt nicht nein das ist doch voll kacke hier der ging voll in die fresse tschüss pinkie wie beabsichtigst nein nein was ist denn los hier pff lol was ist denn was ist denn ich hab so ein unterstack das ist das denn oh man was dann nein nein die kisten werden zum verhängnis da hier kriegt jeder hier nur kisten ey das gibt es doch gar nicht oh vorbei oder auch nicht der pinke spart schon wieder rum oh verdammt jeder mal einmal geworden ja los das schaffst du das schaffst du du bist stark danke dann wenigstens habe ich noch eine chance oh nein nein hast du verdient go off with the laser der pinke spinnt immer schön die äh sachen sagen die hier so beschrieben stehen nein arg stand da arg bei mir stand oh ich bin ja ich bin ja ich bin ja nicht der rote los nein 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 das geht nicht der hat die erste runde gewonnen läuft läuft jetzt lauf ich nicht aua ne der tat weh das tut mir aber leid auf maul oder auch nicht au au ich sammle gerade alle kisten die ich finden kann das ist gut ich habe noch einen da hingelegt ja ich brauche welche für einen Umzug ah du sammelst aber auch ordentlich ja so gehört sich das ah also irgendwie macht der pinke uns gerade ein bisschen fertig ne nicht wirklich der spack ist gleich wieder nein ha 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 ich nehme alles zurück und wir dich geouten oh man äh ich nehme nichts zurück ich meine das ist alles nur fack ja und wie er dich geownt hat einfach nur und wie er dich geownt hat und wie er dich geownt hat den Moment in dem du es gesagt hast hat er sich gedacht boop boop bastard bamm boop nein nein komm schon nein wieso nicht nein ich habe ja absolut keinem was getan aber du hast es verdient ah ja das ist nicht meine map das ist nicht meine map ja ich krepiere hier so hart geht echt gar nicht also ich finde hier die map geht eigentlich weil die kann ich nämlich spielen ohne Zeit zu benutzen nein 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 Nein, 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 nein! Oh, das hat doch geklappt! Ohhh, du bist ein Bastard! Danke! Alter, mir geht ein Typ die ganze Zeit auf die Nerven, der will dauerhaft Supreme Commander spielen, das geht nicht. Supreme Commander? Ja. jedes mal wenn er an kommt schreibt der hey supreme commander ist das nicht freundlich er ist fürsorglich ermutigt dich zu spielen nein was mache ich was mache ich was mache ich was mache ich wie doof du sag mal ins gesicht auch verdammt die gegen alle ins gesicht ach komm du blödes kack ding haha dachte jetzt auch her nein immer ganz nach oben hat der pinke uns schon wieder frühzeitig verlassen ist ja nichts neues komm schon nochmal du kriegst ja alles jetzt ab kampf der etagen feuer nein 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 feuer 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 das war nicht klug eingesetzt das aber auch nicht ich weiß schon ich weiß schon warum ich hier den roten genommen habe den feuerlord weil der macht genauso ausrufe wie ich boah das kriege ich auch gut hin auf auf füre ha 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 we sin krigonisch nein oh oh der pink hat dich ha 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 aaa hörst du mal auf damit hörs du Ey, du Sack Du hättest sie den picken Neeeeein Aha Der sparkt schon wieder da rum, ey Das gibt's nicht Cosmono Daddy Kann es sein, dass der Pinker ein bisschen deppert ist? Ein bisschen deppert Ein bisschen deppert Dies kommt sein Du mei Nur ein bisschen deppert Du bist eh beweg weg von mir Ihr müsst mich aufhören Ach verdammt, wieso kann ja nirgendwo so eine Seilstrecke sein Hau ab, ja! Aaaaaaah I hate you Maha Mein Item Nein Neeein Mein Item Oh, ja, sowas von Mein Item Fuck Scheiße Hat ihm leider nichts gebracht Scheiß Item Ah, verdammt Ne Weltraum Weltraum Ich bin im Weltraum Bist du im Weltraum? Das laberst du Schlaberstuhl Weltraum Ich hab zu viel Portal gespielt Mein Bertrand Bertrand Wiedersehen Aaaaaah Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Was ist das denn? Die letzte, Silo Die kenn ich gar nicht Org Smile Ich kenn diese Karten nicht Was? Will wieder nach Hause Will wieder nach Hause Was zum Achso, doch, doch Ich kenn die Karte Aha Dachte ich kenn sie nicht Aber in Wirklichkeit Kenn ich sie Immer der Nase nach Das war knapp Das war knapp Du bist nur alle Kisten gespult, dass die da waren Das ist so eng Was noch? Achso, ich dachte, ich hätt's noch ne Kiste Du scheiß pinkes Ding Boah Das ist Nein Mach dir ernsthaft das Rennen Hast du meinen Hechtsprung gesehen? Nein, kannst du ihn nochmal machen Na klar Ach, komm schon Ach, verdammt Was geht denn ab bei mir? Schweißperlen auf der Stirn Wir würden sofort verdampfen Was laberst du? Ich nehm sie alle mit Ich bin's herrlich, wie der immer mit seinem Gesicht bremst, dein Charakter Ja, das kann der ganz gut Special Ability Oh du pinker Sack Alter, war ne Greppelfläche Warum schafft ihr das alle? Nein Nein Oh, Hechtsprung Oh, verflucht seist du Du kannst es noch schaffen Kannst es wirklich noch schaffen Der pinke ist gut, aber du kannst es noch schaffen Du darfst die Seite nicht nutzen Immer rechts bleiben Der pinke macht hier jetzt gleich einen Win Kann ganz klar sein Mö Oh, verdammt Das gibt's nicht Also die Karte ist auch nicht so deins, oder? Ne, die Karte ist absolut nicht meins Ah, verdammt Doch keinen einzigen Punkt Das ist bitter Nein Ich will mir ein Item heben Will gewinnen Oh, hier ist Säcke Nein Hechtsprung Nein Oh, das war so knapp Gut, dass du mit dem Gesicht getremst hast Sehr gerne Soll ich feuern? Nein Warum klappt der Anfang nicht? Oh, das ist bitter Aua Hast du das gesehen? Das sah schmerzhaft aus Ich wurde runtergeschreddert So Nein Prost, René Brennst nochmal mit dem Gesicht Ja, mach's mir nochmal mit dem Gesicht Mach's mir nochmal mit dem Gesicht Yeah Hehehe Dauer So, jetzt haben wir alle Karten durch Jo Ähm Jo 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 Was hier neben sind so ein paar Level noch drin in der Spalte Ja, ja, ich seh's Ich hab jetzt einfach mal eine angeklickt Ja Also die kennen wir jetzt definitiv noch nicht Äh 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 Ich hab'n Grabber benutzt, das ist unfair Äh 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 Ja, und äh, was jetzt? Ich weiß schon, was ich jetzt tue Höhe Nein Äh AAH Verabschiede mich in die Höhen verdammt sagst du oh, Errungenschaft, Sultan Zwingen lass mal diese Super Smash Runners machen wo ist das denn? der war da doch gerade was? echt?